Morgen seid ihr hübschen. Heute sind wir noch im nasskalten Ostwestfalen, aber nicht mal lange. Es geht zur Aqua Expo nach Dortmund und ich bin heute nicht allein. Hallo, ich bin der Lars. Ich habe meinen Bruder mit dabei und wir werden schauen, wem wir heute so alles vor die Linse kriegen, was wir schönes filmen werden und wir werden sehen, wer die wahren Superhelden der Aquaristik sind. Bis denne! Brötchen, wir sind angekommen und wie ihr an den vielen Autos hier sehen könnt, hier ist so richtig was los. Also ich bin gespannt, was gleich alles noch passiert. Bis dann! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Das war es von uns von der Aqua Expo 2022. Wie es jetzt vielleicht hier hört, wir hätten auch mit Gummistiefeln kommen können. Es regnet gerade, es schüttet hier wie aus Eimern. Gott sei Dank war die Messe drin gewesen. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Wir haben viele nette Leute kennengelernt. Wir haben total viele Impressionen gesammelt. Wir waren auch shoppen. Ja, wir haben ein paar schöne Pflanzen und Fische gekauft. Ja, wir haben gut Talas da gelassen. Es war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.